Musik Sie sehen Messe Live TV und hier ist das Messe-Journal. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Startschuss für die 24. Medientage München ist heute gefallen. Was einst als Treffen privater Rundfunkpioniere begann, hat sich in den letzten Jahren zum führenden Branchentreff dieser Art in Europa entwickelt. Heute gehören die Medientage München mit über 7.000 Teilnehmern aus dem In- und Ausland, mehreren hundert akkreditierten Journalisten, über 500 Referenten und mehr als 90 Einzelveranstaltungen zu den wegweisenden Events für die Medien- und Kommunikationsfachwelt. Als offizieller Partner der Medientage München 2010 berichten wir von Messe Live TV täglich für Sie vom Geschehen vor Ort und werden in zahlreichen Interviews die aktuellen Medientrends näher beleuchten. Wie jedes Jahr starteten die Medientage mit dem traditionellen Mediengipfel, an dem auf Einladung des bayerischen Ministerpräsidenten die Top-Player der deutschsprachigen Medienwirtschaft teilnehmen und die Trends der Medienbranche analysieren. Stefan Müller-Artelt war für Messe Live TV mit dabei. Unter dem Motto Wert und Werte der Medien in der digitalen Welt öffneten heute die 24. Medientage München ihre Pforten für Besucher und Fachpublikum. Seit ihrem Beginn im Jahr 1987 hat sich die jährliche Veranstaltung im International Congress Center an der neuen Messe München mittlerweile als Trendsetter unter den Medienmessen etabliert. Ich glaube es ist eines der Highlights wie jedes Jahr und ich glaube es ist ganz ganz wichtig eben neben den Veranstaltungen und auch neben den Diskussionen, dass sich die Branche hier trifft, sich austauscht. Wir kommen alle hierher, das ist ein großes Familientreffen, aber es wird eben nicht nur Kaffee getrunken und gefeiert, es wird also im Grunde auch fachlich hier einiges auf die Beine gestellt und ich glaube, dass auch oft durch die Medientage so gewisse Initialzündungen entstehen, die der ganzen Branche gut tun. Die ökonomischen wie auch gesellschaftlichen Werte der Medien im digitalen Zeitalter stehen im Zentrum der diesjährigen Medientage. Angesichts des Verfalls der Werbepreise und der geringen Zahlungsbereitschaft der Nutzer wird der Wert von Werbung und der Medien zur Überlebensfrage der gesamten Kommunikationsindustrie. Neue Strategien sind daher dringend vonnöten. Trotz oder gerade darum ist man in der Branche grundsätzlich positiv gestimmt. Es hat sich sicherlich einiges getan und ich bin auch weiterhin sehr zuversichtlich, weil insbesondere die Medienbranche sich mittlerweile auch beginnt, sich mit neuen Themen zu nähern. Sicherlich auch ein bisschen herausgefordert durch das, was insbesondere von Google und Apple auf uns hereindrückt. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, insbesondere auch was die elektronischen Medien und damit auch klassischerweise das Fernsehen angeht. Dort warten sicherlich neue Herausforderungen, aber neue Technologien auf uns, die aber sicherlich vom Zuschauer auch angenommen werden. Neue bzw. zusätzliche Verbreitungswege, neue Geschäfts- und Finanzierungsmodelle und natürlich die Frage nach den notwendigen Kontrollmechanismen wurden dementsprechend im Rahmen des Mediengipfels, der traditionellen Eröffnungsdiskussion der Medientage, dann auch heftig diskutiert. Aus den diversen Ansätzen der prominent besetzten Runde bleibt schlussendlich ein Fakt festzuhalten. Das Internet mit seinen Möglichkeiten wird die Medienwelt weiter verändern, im Negativen wie im Positiven. Stefan Müller-Adelt, Messe live TV. Neben dem Mediengipfel finden auf den Medientagen auch zahlreiche weitere Diskussionsrunden, Vorträge und Workshops statt. Im direkten Umfeld des Kongresses präsentieren sich zudem die wichtigsten Unternehmen und Institutionen der Medienwirtschaft. Was es dieses Jahr auf den Medientagen zu sehen gibt und welches die Top-Themen sind, das weiß Sebastian Schuster, der für uns vor Ort ist. Sebastian, damit weiter zu dir. Vielen Dank Susanne. Nun die 24. Medientage München stehen unter dem Motto Wert bzw. Werte der Medien in der digitalen Welt. Das Ende der analogen Ära ist nun besiegelt und digitale Dienste haben längst schon ihren Durchbruch gefeiert und die Medienbranche mit zahlreichen Zusatzangeboten bereichert. Auch das Thema Internet-basiertes Fernsehen ist heiß diskutiert hier auf den Medientagen. Allgemein lässt sich sagen, die Stimmung der Medienbranche ist deutlich positiv. Positiver jetzt auf jeden Fall wieder nach der Wirtschaftskrise. Das haben wir in zahlreichen Gesprächen erfahren. Unter anderem auch im Vorfeld dieser Sendung mit der Deutschland-Geschäftsführerin der RTL-Sendergruppe, Anke Schäferkort. Frau Schäferkort, inwiefern sehen Sie die Medienbranche nach der Wirtschaftskrise wieder im Aufwind? Also es sieht schon danach aus, dass wir die Talsohle durchschritten haben und es ist Holz. Insofern klopfe ich drauf, dass es dabei bleibt und dass nicht das kommt, was manche in der Wirtschaft befürchten, der sogenannte Double Dip. Aber im Moment schaue ich erstmal optimistisch nach vorn, weil das erste Halbjahr war sehr gut, insbesondere für Fernsehen. Internet hat stark profitiert und vor dem Hintergrund sind wir eigentlich ganz zufrieden mit der Entwicklung und schauen jetzt wirklich zuversichtlich nach vorn. Ganz großes Thema hier auf den Medientagen, auch Internet-basierte TV-Angebote. Sehen Sie darin die Zukunft des Fernsehens? Sie meinen TV-Angebote, die rein über das Medium Internet sich verbreiten? Ich glaube nicht, dass das allein die Zukunft des Fernsehens ist. Ich glaube schon, dass es für einige der Spatenangebote ein sinnvoller Weg sein kann, um auch Verbreitungskosten zu reduzieren. Ich denke aber, dass die großen Sender, wenn sie alleine heute die Strukturen der Verbreitung sich anschauen, auch in den nächsten Jahren noch diverse Verbreitungsmöglichkeiten nutzen wird. Ob das der Satellit ist, ob das Kabel ist, ob das die Terrestrik ist und hinzu natürlich das Netz. Das wird eine Komponente sein, aber nicht alles. RTL ist ja nun auch über HD Plus in HD empfangbar. Welche Bedeutung spielt HD für Ihre Sendergruppe und auch mit Blick in die Zukunft? Ich denke, auf ganz lange Sicht wird HD natürlich der Standard der Zukunft sein. Und wenn man sich heute umschaut in den Mediamärkten, bei Saturn, in den Fachmärkten, dann sehen Sie immer größere Bildschirme, immer größere Displays, immer bessere Fernseher. Und da macht es einfach Spaß, das Bild in HD zu genießen und nicht nur in SD oder im analogen Signal. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass HD schon wirklich relevant sein wird in einigen Jahren. Vielen Dank, Frau Schäfer-Kort. Gerne. Tja, die 24. Medientage München, da steckt ein Stück Tradition dahinter. Und wohl kaum einer hat dies näher verfolgt in den letzten Jahren als Prof. Dr. Wolf-Dieter Ring, der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, BLM. Herr Prof. Dr. Ring, die Medientage im Jahre 1987, einst als Medienfachkongress gestartet, heute als Medientage bekannt. Welche Bedeutung hat diese Veranstaltung für die Branche? Also zunächst ist es natürlich ganz toll, wenn ich mich an 87 erinnere, ich war immer dabei, 24 Mal. Und wenn man heute sieht, was aus diesem Fachkongress geworden ist, dann denke ich, dass die Bedeutung schon dadurch deutlich wird, dass die Medientage ein ganz breites Spektrum an Angeboten bieten. Wir haben 90 Panels, 500 Referenten, 66 Aussteller, über 6.000 Besucher. Und das wird wahrgenommen, sehr viel mehr natürlich wahrgenommen als ein Fachkongress, obwohl natürlich die Fachthemen nach wie vor hier die zentrale Bedeutung haben in all den Panels, die wir hier organisiert haben. Herr Prof. Dr. Ring, die Medienbranche befindet sich im Wandel. Neue Dienste und das Internet haben die Medienbranche revolutioniert. Welchen großen Herausforderungen muss sich die Branche in der Zukunft stellen? Also zunächst bin ich fest davon überzeugt, dass auch die Medienbranche klassisch noch viele Jahre ihre zentrale Bedeutung hat. Aber es ist nicht zu verkennen, dass natürlich über das Internet neue Konkurrenz entsteht. Werbung wandert ab und Inhalte sind dort, die Konkurrenz machen. Deswegen muss die Branche das Internet nutzen, als Chance sehen, auch Digitalisierung als Chance sehen, hier um erfolgreich neue Geschäftsmodelle auch zu erproben. Ich glaube, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg. Und wenn dann auch noch wie jetzt der Wirtschaftsaufschwung die Werbeeinnahmen wieder verbessert, natürlich auf niedrigem Niveau im Vergleich zum Vorjahr steigen die. Früher war es natürlich noch besser, aber es ist eine positive Entwicklung. Dann kann die Branche auch diese Herausforderung bewältigen, weil sie auch wirtschaftlich, jedenfalls viele davon, nicht alle, wirtschaftlich dazu der Lage ist. Die Wirtschaftskrise hat ja nun auch vor der Medienbranche nicht Halt gemacht. Sehen Sie mittlerweile die Medienbranche wieder im Aufwind? Also ich denke, die neuesten Daten, die allerdings Momentaufnahmen sind, zeigen, dass die Medienbranche zugelegt hat, insgesamt. Allerdings hängt das mit der Konjunktur zusammen. Wenn die Konjunktur sich nicht so positiv weiterentwickelt, wird es auch die Medienbranche spüren. Das will ich gar nicht herbeireden. Ich glaube an die Weiterentwicklung und der Konjunktur. Und insofern können wir eigentlich optimistischer als noch vor einem Jahr oder zu Beginn des Jahres in die Zukunft schauen. Ja, Zukunft ist ja ein ganz gutes Stichwort. Dann lassen Sie uns doch mal abschließend in die Zukunft pricken. Deutschland im Jahr 2020. Wie könnte da die Medienbranche aussehen? Haben bis dahin internetbasierte Angebote, das klassische Fernsehen komplett von der Bildfläche verdrängt? Also ich glaube nicht an volle Abdrängung. Die Vorteile einer Rundfunktechnologie. Von einer Stelle wird es an alle verbreitet. Und das zeitgleich mit hoher Reichweite, die werden auch noch längere Zeit genutzt werden. Und gerade in einer digitalen Entwicklung der Technik kann man die Bandbreite der Angebote erhöhen, neue Geschäftsmodelle entwickeln. Verschlüsselung ist immer so ein Reizwort, aber das wird kommen. Geschäftsmodelle, wo halt der Zuschauer für besondere Qualität und zusätzliche Inhalte jenseits des Pay-TV etwas mehr bezahlt. Das ist ja jetzt auch schon auf den Weg gebracht. Aber wir werden natürlich eine erhebliche Veränderung haben, dadurch, dass das Internet hier eine immer größere Bandbreite einnehmen wird. Also ich denke 2020, die klassischen Medien sind im Internet ein Stück zu Hause mit neuen Angeboten und neuen Möglichkeiten. Aber sie werden die klassischen Übertragungswege, werden bis dahin nicht verschwinden. Die werden weiter auch genutzt werden. Wir werden diese Entwicklung weiter gespannt verfolgen und für den Moment vielen Dank, Prof. Dr. Wolf-Dieterring, für das Gespräch. Danke mich sehr für das Gespräch. Weiter gutes Gelingen. Liebe Zuschauer, das war es von uns für den Moment hier von den Medientagen München 2010. Alle Sendungen von den Medientagen finden Sie auch zum Abruf auf unserer Website www.messe-live.tv. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank.